Bist du komisch, finden wir es heraus. Schläfst du gerne mit Socken? Nee, sorry, Jungs, wer das macht, ist wirklich ein bisschen komisch. Hühlst du ab, während du auf der Toilette sitzt? Bei solchen Leuten hätte ich Angst. Isst du gerne das Brotende? Also, ich muss sagen, bei manchen Brotsorten ist das echt gut. Isst du gerne Eiswürfel? Eigentlich ist das total weird. Aber wenn's richtig warm ist, ist es wirklich cool. Sprichst du random mit Leuten in der Öffentlichkeit? Jungs, ich hab das noch nie verstanden, wie man sowas machen kann. Das ist ne Sünde. Erst Müsli und dann Milch in die Schüssel tun? Dass solche Leute noch frei draußen rumlaufen dürfen? Probierst du manchmal bei dir selber die Macht aus? Ganz ehrlich, ich probier das täglich. Jungs, ich sag euch, irgendwann klappt das. Probieren geht über Studieren.